Genau, hab ich mich so gedacht schon. Also, warten wir eben kurz bis es Nacht ist. Alles bereit? Inquises, wusste ich, wieviel ich besiegt, dann kommt da doch ein Blub rein. Scheide, dass es nicht geht. Schon wieder ein Blub. Musik Sieht man noch Tag? Wenn sich die Musik ändert, ist nachts. Musik 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 Komm schon! 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Jetzt. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Immer noch Tag. Musik Oh, nee. Musik 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 Oh nee. Musik 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 Wir fehlen evil reasons watching you. Das heißt, Auge des Tulus. Das kommt gleich. Ausgerechnet jetzt. Musik Wir labern den Eater of Worlds. Musik So, alle Potions nehmen. Musik Komm. Musik Irgendwie kommt der nicht. Jetzt. Musik Musik Geil. Wir haben keinen Schaden gekriegt. Wie geil ist das denn bitte? Musik Ja. Musik Komm schon, mach. Musik Musik Warum kommt der hier nicht hoch? Nein. Er ist zu Tulu. Musik Och nee. Das kann alles nicht sein. Musik 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 Eigentlich wollte ich ja den fertig machen. Musik Der Wurm ist jetzt weg. Musik 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 Das habe ich mir nicht vorbereitet. Musik 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 gleich ist er dort der erste und jetzt kommt der zweite das geht alles so klima er macht er fast kein schaden Jetzt besiegen wir ihn. Ich glaub, Irons King Potion bringt's wirklich. Wow! Der hier macht irgendwie mehr Schaden. Eigentlich war die Arena für den Eater erfüllt. Gleich ist er tot. Tot, tot, tot. Tada! Lol. Das war jetzt so unerwartet. Alter! Was wollt ihr noch von mir? Todeskraut. Und dann... Ja! Zwei Shadow Scales! Und 47 Demonite Ore! Na, ich bin wirklich enttäuscht jetzt, dass... dass das nicht geklappt hat. Was war denn das scheiß Auge wieder dazwischen kam? Ich hab keine Regeneration Potion mehr. Die Irons King Potion, die muss... Ingresses Defense bei 8. Ja! Wir haben... Irgendwann ist 30 Defense oder so. Dann haben wir 30 Defense und so viel. Ja! Da ist die Frage jetzt noch... Also ich würde jetzt gerne noch gegen den Eater of Burris kämpfen. Gehen wir noch kurz in die Corruption und farm noch mal... mal... Also wir fahren noch mal... Brett & Junk. Wir brauchen noch... 5. 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 6. 7. Es war bloß... den richtigen Hängen und die Rüstung. Ich glaube, die Rüstung hat's vor allem ausgemacht. Weil... ohne die rüstung werden wir schon gut gewesen das bringt mich schon hätte ich jetzt nicht gedacht dass es so viel bringt habe ich eine erfahrung gemacht also in die korruption und rücken schon fahren noch ist es noch wahrscheinlich schafft es heute nacht ich würde dann noch gerne wissen was ich für eine regeneration posen macht dann mache ich vielleicht noch eine aufnahme pause und dann schaue ich das noch mal alles nach weil so eine regeneration posen brauchen wir die schuhe schade dass sie es jetzt sie so überschnitten hat mit auge und das ist blutmund auch noch nachher ich muss ja die dinger umgehen und der nächste jetzt geht's Fuck. Taichi. Komm, ich brauche noch zwei. Was sind denn heute die Seelenfresser? Es hat nichts mit Seelen. Ach, da kommt einer. Nichts getroppt. 14 noch eins. 50 noch eins. Oh, 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 oh. Komm, einer muss was drücken. Komm. Alter, da ist keiner irgendwie. Ah, wir haben genug. Okay. Ach, jetzt habe ich vergessen, Wurmfutter herzustellen. Egal, wir haben ja 30 und 15 hier. Also 35. Mehr als genug? Ja gut, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Wir sehen uns dann nachher wieder. Tschüss.